Ich guck mir das gleich an. Moment, zurück. Was? Ah ja. Schauen wir mal. Überall Kerzen auch hier aufgestellt. It's too dark to see anything. Es ist zu dunkel um irgendetwas zu erkennen. Da ginge es raus, aber ich werde erstmal auf die Bühne gehen, denn da... Obwohl, das habe ich ja jetzt. Diese Jacke kann ich... Vielleicht hier ist nichts. Oh, ich kenne diese Jacke. Diese gehört Mr. Kao. Ah, das ist der, der dort pennt. Und was haben wir jetzt hier? Hat sie ihr Necklace, also hat sie ihre Halskette noch um? Spielt sich das alles vielleicht irgendwie vorher ab? Ich kann es leider nicht erkennen. Also bevor sie da hinkam auf den Stuhl vorher, als wir sie gefunden haben... Es ist zu dunkel um irgendwas zu sehen. Du sollst die Tür aufmachen, Fräulein. Geht auch nicht. Na ja, gut. Was soll es auch? Dann probieren wir es mal hier raus. So dark to see anything. What the fuck? Muss ich eine Kerze nehmen? Oder sowas? Muss ja nur irgendwas gehen hier. Momente mal. Turn the wheel with the laws of the universe to reveal the path ahead. Okay, also um hier weiter zu kommen, muss ich das Rad mit den Gesetzen des Universums drehen. Was? Rad drehen. Warum habe ich das nicht gleichgebracht? Das sollte mir den Weg erleuchten. Ja, das ist eine richtig geile Kerze, ne? Also die meisten Taschenlampen geben nicht so gutes Licht, ne? Ist er noch da? Ja. Jetzt hätte ich gerade gedacht, der ist jetzt vielleicht weg. Okay, jetzt kann ich vielleicht lesen, was da steht. I hope I can wake up from this nightmare. Ich hoffe, ich kann aus diesem Albtraum erwachen. This door is locked. Okay, sie ist zu. Das heißt, da bleibt uns nur noch die andere Tür übrig. Ah, hallo. Damit muss ich wohl was machen. Das könnte sinngemäßes Wheel sein, dass man mit den Mächten des Universums... Äh, ist egal. I used to admire the flag bearer. Bearer. Thought it was the coolest job. Okay, also die hissen wahrscheinlich. Ich dachte, das wäre der coolste Job. Jetzt möchte ich nur von allem weg. Okay, was haben wir da? Da ist Müll drin. Da ist eine Rade oder so. Ne, was ist das? Eine tote Maus. Kein Wunder, dass es hier so schlimm riecht. Da ist ein zerknülltes Stück Papier. Ins Journal aufgenommen, ins Tagbuch. Note. Book Club. A note with a conversation. Also das ist eine Unterhaltung drauf. Hey, I heard a teacher's... I heard a teacher's started a club. A teacher has... A teacher has started a club for the students and are reading some prohibited books. Also ein Lehrer hat wohl einen Club für Schüler eröffnet. Prohibited, verbotene Bücher lesen. Er war ja damals eine Zeit, da wurde diverse Literatur verboten. Wahrscheinlich kommunistische Literatur. Was auch immer. Really? Oder die Kommunisten haben es halt bei denen verboten. Really? I thought that the Book Club was just a place for studying. Wirklich? Ich dachte, der Buchclub wäre nur ein Platz oder Ort. Aber da wird halt nur gelernt. Offensichtlich ja nicht. Jetzt habe ich auch alles wieder drin hier. Public Announcement, alles was er vorher aufgeschrieben hat. Okay. Sonst ist hier nichts weiter, oder? Y hat gesagt, dass er meine Kette hier gefunden hat. Ich kann ihn jetzt nicht mehr genau danach fragen. Und warum habe ich auf dieser Bühne geschlafen? Ich bin ratlos. Clueless, ratlos. Oder habe keine, keine, keine Idee, warum das so ist. Ja. Nun, äh, achso, die Tür muss ich noch ausprobieren. Die ganz links. Ist ja dann die einzige wahrscheinlich, die noch wirklich ist. Cool. Der Sound ist auch klasse. Oh, und es ist Stormy Weather hier. Wirkt auch nicht ganz natürlich, ne? Hä? Warum kann ich den jetzt, das ist Grabstein. Warum kann ich den nicht angucken? Jeden Quatsch kann ich angucken. Nur den Grabstein nicht. Jetzt der Baum. Sacred Tree from this mountain. Ein berühmter, heiliger Baum. Von diesem Berg. Rather. Mehr oder weniger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich das jetzt aus meiner Sicht so sagen, dass er jetzt noch gruseliger aussieht. Spooky. Spooky halt, ne? Gruselig. Warum ist da ein Grab? Die, äh, Inschrift auf dem, äh, Grabstein wurde komplett entfernt. Altar oder sowas? Wann wurde das gebaut? Ein Schrein? Workshopping, war, 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 shipping a few, die, 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 ich kenne das Wort nicht. Ja. Ich habe, I don't recognize, Moment, ich muss das nochmal lesen. Also auf jeden Fall ist da ein Schlüssel. Note under the key. What's this? Was? Ich gucke mir das gleich an. Moment, zurück. Was? Uiuiuiui, ich erkenne sie heute. May the Earth God protect me. Möge der Gott der Erde mich beschützen. Okay, ich habe, ich hätte das vielleicht doch lesen sollten, was da stand. Okay, ich habe auf jeden Fall Illustration. Facing the Lingeret, was auch immer Lingeret heißt, ich weiß nicht. Habe ich an dem Schrein gefunden. Sieht aus wie, wie seid aus einem Kinderbuch. Hab keine Angst, wenn du die Lingeret, ich weiß jetzt nicht, was Lingeret heißt leider. Auf jeden Fall diese Gestalten da scheinen. Also, keine Angst haben. Halt nur den Atem an und laufe leise weg. Also, ich nehme an, das, was ich höre, ist schon so ein Fick. Kann ich denn wieder die andere? Ja, aber so wirklich leise läuft sie ja noch nicht. Da buddelt jemand. Na ja, ich gehe mal wieder in die andere Richtung. Vielleicht schöner dort. Der Weg nach unten ist verschwunden. Das heißt, ich muss wieder zurück. Als Klärchen. R2. Um den Atem anzuhalten. Und dran vorbei? Kann ich dran vorbeilaufen? Ja, aber ich höre. Hohohohoho. Nein. Ja, aber aber. Was soll? Möge der Erdgott mich beschützen. Ja, ja. Leise dran vorbeischleichen. So habe ich das verstanden. Schlüssel. Ja, ich möchte mir den Schlüssel in erster Linie mal angucken. Inspect. Auditorium key found in the shrine of Earthgott. Normally, Musica keeps them in his possession. 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 Ich kann suchen zurückzukommen. Allerdings, äh. Ich kann nicht hier lang. Was frisst es denn da? Ich muss ja wieder da lang, oder nicht? Freunde. Okay, also man kann nur eine bestimmte Zeit lang die Luft anhalten. Dann kommt dieses, da wird das Bild unscharf und leichtes Pfeifen im Hintergrund. Ich kann es noch mal probieren. Okay. Alles klar. Das scheint ja dann... Moment. Ich kann sagen, äh, jetzt ist die Tür weg. Aber, die ist ja Gott sei Dank da. Okay. Also. Vermutlich werden solche Gestalten jetzt das Öfteren auftauchen. Hier drin sieht es gerade wieder normal. Nee, jetzt nicht mehr. Der hängt nach wie vor da. Ändert sich aber nichts dran. Kann ich hier irgendwas mit... Den gibt es ja da nicht umsonst, den Pfeil, ne? Kann ich an dem irgendwas... ...äh, finden, sehen, hören, riechen, schmecken? Warum ist da ein Cursor? Boah, ich kann mir voll in der Nadel... Boah, man wummelt... Jo, egal. Äh, es muss irgendeinen Sinn haben, warum hier so ein Pfeil ist. Kann ich nach oben gucken? Links, rechts, oben, unten? Nee. Also an dieser... An diesem Menschen hier, also an dem... Äh, Rei... Äh, nee, das ist ja sie. Wie heißt er denn nochmal? Ich hab seinen Namen schon vergessen. Ist egal. Ist ja jetzt eh tot. Wurde offensichtlich strangoniert hier. So sieht es für mich aus. Aber was dieser Cursor hier soll... Nee, also hier auch sämtliche Knöpfe durchprobiere. Auf Controller der Nacht nichts. Schuss. Ja, muss wieder rausgehen. Weiß ich, was ich hier tun soll. Also. Achso, da komm ich jetzt hier raus mit jenem Schlüssel. The door is locked. Es ist... Egal. This should be the right key. Es ist der richtige Schlüssel. Es sollte der richtige sein. Es ist der richtige. Was? Telefon? Wo klingelt das denn? Wie ist der Chaos? Zimmer. Was ist an der Tür? Taoistische Talismane sind drauf gemalt. Also was wahrscheinlich, um böse Geister fernzuhalten. Merkwürdig. Es ist nicht verschlossen, aber ich kann es nicht öffnen. An Essay from my sophomore. Hier, also aus irgendeinem Jahr von ihr. Also war es wahrscheinlich irgendein besonderes Jahr an dieser Schule gemacht. Das sophomore heißt, ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt eine deutsche Bezeichnung gibt. Sei es jetzt mal drum. Und haben die das denn zuletzt upgedatet, also aktualisiert? Also das scheint mir auch schon älter zu sein. Aha, da muss man irgendwas ein Rätselchen lösen. Okay, das ist schön. Das ist fein. Das wird sich noch zeigen, wie das geht. Denn bis jetzt weiß ich mal von nichts. Telefon klingeln auf jeden Fall, dann wird das wohl. Ich komme ihm auf jeden Fall näher. Die Blumen. Hello, Daphrodil. Daphrodil heißt wohl die Blume. Ich muss sehr schwer für dich gewesen sein. So, near graduation little. Was? Also wenig ist bekannt über deinen Rektor. Es ist fast als im Schüler eine Maske, wenn er zur Schule kommt. Wer kann denn um diese Zeit anrufen? Vielleicht kann ich Hilfe bekommen, Hilfe beschaffen. Oh. Boah, der Sounddruck, ich habe sowas von Gänsehaut. Hat ein bisschen so ein Silent Hill. Vermutlich sind ja auch gleich wieder... Also, Viecher. Ein Bücherregal. Voll mit Büchern. Über Geschichte. Über Geschichte. Führerschaft. Und den Krieg. Wenn ich mich richtig erinnere... ...war der Rektor... Oh, Kriegsvetterer. Ich muss auf jeden Fall langsam turnieren, glaube ich. Nee, also noch... Noch ist hier kein Viehzeug. Kann sie denn... Ah, während sie so... Während sie den Atem heilt, kann sie also so Sachen nicht sehen. Da ist das Telefon. Shu... Shuimo Painting. Das ist eine... Ein Gemälde aus der... Von der Nähe der Schule. Also... Ein Szenario. Ich gehe gleich ans Telefon. Ich gehe erstmal hier. Was ist das? Dann wird Altar. Ein... Altar zum Beten. Safe Progress. Ach, da kann man safen. Ja, das mache ich. I feel blessed. Ich fühle dich. Ich sehe mir gerade. Geschwitzt. Boah, diese Mucke, ey, ne? Ich gehe mal als Telefon. I said he was going to try to get a hold of the town's people. To get a hold of the town's people. Also wollte wahrscheinlich in der Stadt anrufen. Und nicht wo. Vielleicht rufen sie zurück. Lebt doch endlich ab. Was, wer ist das? Was? Was zur Hülle würde ich jetzt eigentlich sagen? Wo geht denn hier vor sich? Aber was in der Welt geht denn hier vor sich? Wer war das? Woher wusste er, dass es ich bin? Ich weiß das Wort Kanzler leider auch nicht auf Deutsch. Auf jeden Fall das Büro eines Kanzlers ist im dritten Stock. Also ich muss in den dritten Stock, ne? Zum Kanzler-Office. So würde ich das jetzt mal behaupten. Ich speichere nochmal. Ja, ja, kann nicht schaden. Dann kann nicht schaden. Fertig? Okay. Was denn hier? This file cabinet shouldn't it be locked up. File cabinet, das ist ein Aktenschrank, oder? Sollte das nicht geschlossen sein? A watchlist. For what? Eine watchliste. The folder is empty. Folder, folder, folder. Es ist schlimm. Ich weiß, ich weiß. Auf jeden Fall ist es etwas leer, wahrscheinlich das Fach. Diese Dokumente. Makes me a little uncomfortable. Also, sie fühlt sich da nicht ganz wohl. Okay. Oh, die geht hier mit dem Soundtrack ab. Wo muss ich zur Hölle hin? Moment. Most of the staff seem to be related to the military. Are all schools like this? Also, wurden wohl zum Militär eingezogen. Oder waren mal beim Militär. Dritter Stock. Okay. Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich da die Treppe benutzen sollte. Nach unten kann ich eh nicht. Deswegen gehe ich hoch. Okay. Aus call. Thanks. Okay. aus. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020